So Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, The Wildlife of Felix, heute mal in guter Mission, nämlich auf Kids Rettung mit der DJI Mavic Pro, meinem Fernglas und dem Carl. Carl, wink mal. Wink mal. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was der ganze Aufruhr soll, aber die Wichtigkeit von der ganzen Sache ist eigentlich relativ gut nachvollziehbar. Hier unten kommt der Bauer mit dem Mähwerk und der will jetzt hier die Wiese mähen. Und natürlich müssen der Carl und ich das Ganze nochmal überprüfen, gell Carl? Wink mal rein. Ja, um die Kitze vor dem relativ qualvollen Mähtod zu beschützen und die einfach zu verschonen. Ja, um die Kitze vor dem nächsten Mal. Ja, um die Kitze vor dem nächsten Mal. Ja, Carl. Was machen wir jetzt? Nachfahren zum Meer, das haben wir jetzt. Und quatzen, wenn er geht. Halt sie. Musik Musik Die Rehe sind raus Sind jetzt hier in Richtung Golfplatz weg Kommen dann hoffentlich nicht wieder Solange der gute Bauer hier mäht Und ich würde mal sagen Job erfolgreich abgeschlossen Bis zum nächsten Mal Musik 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 Musik